Yo, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen Ankündigungsvideo, denn wir werden am Dienstag, den 19. August, einen Livestream mit einer Verlosung machen. Da wird dann Zeug von der Gamescom verlost, denn ein paar von unserem Team sind ja jetzt auf der Gamescom und die bringen da was Schönes mit. Ja, dann werden wir in dem Livestream auch noch ein paar Spiele spielen, zum Beispiel MW2, MW3, Gary's Mod und Minecraft. Ja, wer Bock hat mitzuspielen, soll es einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben. Ja, dann noch was zur Gamescom. In dem Infovideo zur Gamescom wurde ja gesagt, dass jeden Tag ein Video kommt von der Gamescom. Und das können sie jetzt leider nicht machen, die dort sind, denn dort hat es einfach viel zu schlechtes Internet. Ja, deswegen kommen die Videos erst ab Montag, den 18. August. Und ja, und dann kommt sie ganz normal jeden Tag ein Video. Ja, das war's jetzt eigentlich und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.